Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen heute Undertale und da das Spiel scheinbar kein Hauptmenü besitzt, werde ich jetzt einfach direkt rein starten. Bis zum nächsten Mal. 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 Oh, F hier. Name of the fallen human. Oh, wie heißt die denn? Die sah aus in der Laura fand ich. Oder Linda? Nee, Linda ist... Okay. Ich finde, Laura ist kein schöner Name. Sandy. Ist Sandy nicht auch der Name von Daves? Freundin aus Manic Manson. Sandy, ne? Ja. Ja. Ja, aber sie ist Sandy. Ist ja gerade das Day of the Tentacle Remaster rausgekommen. Da können wir auch das mal ein bisschen... Ich bin mir sicher. Ja, das ist noch zu klein. Ich kann es nicht so gut erkennen. Ich kann es nicht mehr machen. Ich kann es nicht mehr nehmen. Muss nicht mehr machen. Huch. Gibt es das schon im Menü? Oh. Level 1. Waffe. Stock. Verband. B-2. Items hat sie noch nicht. Oh, das ist ja cool. Oh. Audi und Flowey. Flowey the flower. Hallo Flowey. 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 Ja, ich bin neu. Allerdings. Äh, ja. Okay, gut. Okay, das Herz ist also schwach und die Seele auch. Ach so, LV steht nicht so für Love. Gut. Aha, Friendliness Pellets. Äh, wie? Wollte ich das nicht einsammeln? Oh. Toriel Ja, ist so gut, ich bin runtergefallen Na, ist so gut, ich bin runtergefallen Es ist so gut, ich bin hoch Ja, man kann es speichern. Aha. Diversion. Okay. Ich glaube, es ist ein Aussie, die Maniac Manson. Perfect. Geht nicht. Okay, nur die Furchtlose kommen weiter. Schauen wir mal. Okay, ich muss mehrere Schalter bestätigen. Das ist gut. Ich lese jetzt mal das Schild hier. So, Z. Ja, ich kann ja auch, ich muss ja nicht Enter drücken. Ja, gut. Okay. Das war's. Was ist denn mit dem anderen Schalter? Das haben wir schon gesehen. Okay, ich soll mich freundlich mit den Monstern unterhalten. Was soll ich mit dem Dummy reden? Okay. Baumwollendes Herz und Knopfaugen. Sieht aus, wenn er richtig umfällt. Ihr taugt mit dem Dummy. Okay. Ah, ich halte nicht so viel von Konversationen. Choril find's gut, ne? Okay, keine Erfahrung, kein Gold. Hm. Noch ein Puzzle? Okay. Okay. Na, mal schauen. Hier kommt ein Puzzle und auf den Kopf hochkommen. Verfolged, greif mich an, okay? Dann kann ich Verfolged erst mal Kompliment machen, oder? Achso, okay. Freut sich trotzdem über das Konfiment. Sehr gut. Hm. Sie guckt ganz schön morfähig. Okay. Ah. 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 Oh. Ja, okay. Eigentlich auf dem Fahrtweb können wir doch nichts passieren, oder? Ja, und zwar, ich bin sehr unabhängig. Soll ich jetzt hier bleiben, oder was? Hm, klingeling. Äh. Hm. Dann bleibe ich einfach noch ein bisschen hier. Hm. Oh. Ich bin ehrlich gesagt, kann ich hier nicht sagen, ich will hier weg. Oh ja. Let's hear a V of us. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Hm. Jetzt bin ich mir doch nicht mehr so sicher, ob hier etwas passieren kann. All taking care is. Ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. ein bisschen in dem laub wühlen aha so sind sie mit dem kämpfer ok Oh, Entschuldigung, der Ursache. Der Konsole. Hm. Rivet rivet. Ist eigentlich ganz gut. Wir sind ein Kampf. Oh, was ist denn das? Take one. Äh, ja, klar. Monster Candy. Okay, kein Lackritzer. Ja. 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 Ja, ja. Das sind so ungewöhnliche Kämpfer. Ja. Okay, wir versuchen ein Stichchen weiter zu gehen. Kann ich eigentlich noch mehr von den Candys mitnehmen? Dann nehme ich vielleicht noch mehr. Ah. Oh. Ich habe zwei Gold gefunden. Ja stimmt, ich soll nur eins nehmen, ne? Naja. Ich habe zwei Stichchen. Ah. Der Frosch hat's nicht leicht. Froschmonster. Okay, also jetzt kann ich... Okay. Aber man muss mir nicht jetzt ausweichen und wir die dann angreifen. Gut. Oh, ich, äh... Hm. Oh. Hm. Na ja, zum Milchreis passt sie mit gut, aber ansonst? 3 von 5 empfehlen, dass sie gedrückt werden, okay. Ah. Nochmal ein Frog. Was ist denn, wenn ich ihn bedrohe? Eben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hm, okay. Oh, sorry, sorry. Oh, Molesmall. Was ist das denn? Molesmall. Molesmall. Oh, ist das so weit? Curvaciously attractive, but no brains. Was ist das denn? Curvaciously. Oh, sorry. Oh, ja, ruminating tour. Das ist gut. Mal wieder. Oh, okay. Ich hab's schon gelesen, aber... Ach, imitieren. Ich bedroh... Ah, okay. Ich hab' bedrohen. Ah, ich muss da nochmal runter, alles klar, okay. Du weißt jetzt wenigstens, wo ich rüber muss. Oh, nochmal mehr, prosch. Das war's für heute. Drei von fünf mögen gerne auf... mögen gerne geschoben werden, okay? Okay, das ist aber interessant jetzt. Okay, ich will den jetzt erst mal imitieren. Ich weiß ja, ich sag nicht genau, ob ich das gewonnen hab. Bisschen weiter noch. Hm? Ja, ein bisschen noch. Nee. Vielen Dank. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Gut, wenn ihr nicht kämpft wollt. Tschüss. Oh, da ist ein Mauseloch. Das ist gut. Dann machen wir jetzt keine Pause. Guck mal, ob man mich gut verstehen kann und so weiter und so fort. Okay, bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.